Opel rockt wieder. Rocks heißt Adams krossiger Bruder im Kleinwagen-Segment. Noch ist er eine Konzeptstudie. Deswegen dürfen wir uns wohl auf die IAA im September in Frankfurt freuen. Für frischen Wind soll der Kaskada sorgen. Pünktlich zur Frischluftsaison im April steht er beim Händler. Sein Preis ab 26.000 Euro. Und auch in Zukunft ist bei Opel Vollgas angesagt. Nach dem Opel Adam Cup ist der Adam R2 ein nach Vier-Rallye-Standard homologisierter Kundensport-Rennzwerk mit 185 PS.